. 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 noch mal ein zwei bilder machen von euch jetzt hier so wie ihr sitzt dann ich wechsle noch mal das ist schön von den farben her dass die farben hier sind wie eure kleidungsstücke diese erdtöne ich nehme mal das objektiv hier ja ich versuche einfach viele coole bilder zu machen dass ich einen coolen tag habe und dass da ein paar coole bilder rauskommen ja sieht gut aus so und wollt ihr auch party machen oder was meinst du ich dachte gerade du hast gesagt wir sind verheiratet noch einmal im stehen vielleicht ja das ist sehr schön und einmal umgekehrt auch ja schön und einmal umgekehrt auch haben wir schon ausgetrunken ihr könnt euch auch einmal so zusammenstellen so zur schulter an schulter auch wenn ich so gut bringt einfach an wenn du deine hand hier anpackst du deine rechte und du deine linke hier ja das sieht dann so aus das ist gar nicht so schlecht ich habe mir viel schlimmer vorgestellt ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt wir sind gespannt und die dann auch in farbe damit es zur wiese passt in farbe und schwarz weiß dann haben wir ja sehr cool ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt warte mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017